um das sind wieder ich meine sie die Ernauer in der Welt Gott mal wieder Oh, Juhu. Ja, wir sind bei X3000. Juhu. Okay, gehen wir mal zur Kirche. In den Norden. Hä? Ich meine, in den... Nee. Zur Kirche, in den Osten. Oder zur Burg. Oh, die Burg ist geil. Da kann man einfach mal... Das wird sehr toll ironisch gemeint, wenn wir da sind. Dann werden wir nämlich fünf Folgen nur bei dieser Kirche rumlohren. Äh, bei der, bei der, bei der Burg. Weil da findet man wirklich alles auf Anhieb. Und da muss man eigentlich überhaupt nicht mehr weg. Außer da kommt ein Mörder, was relativ oft kommt. Äh, ich hab grad einen Spieler getötet, weil ich so gemein bin. Der Mörder. Aber geil, der Tief. Oh ja. Wir sind nur 600 Blöcke von der Kirche entfernt. Also nein, ich werd nicht zur Kirche gehen, weil die Kirche, da gibt's kein Essen, da gibt's nicht mehr Ausrüstung, da gibt's eigentlich fast nur Halttränke. Und bei der Burg gibt's zwar eigentlich keine Halttränke, aber da gibt's Essen und Ausrüstung und alles. Da gibt's so eine Art Schmiede und da gibt's eben einzelne Häuser und so. Und da lohnt es sich einfach hinzugehen. Ich hab da auch schon ein Ziel sozusagen Ernteprinzip abentwickelt. Erst zu der Kiste, dann zu der Kiste, dann zu der Kiste, dann zu der Kiste, dann sind alle wieder voll, dann wieder zu der Kiste, dann wieder zu der Kiste. Das wird relativ langweilig, aber es wird ziemlich rostoffreich. Irgendwann, dann ist das Inventar noch voll. Das nervvoll. Also irgendwie seitdem ich sie aufnehme, hab ich nie in volles Inventar, weil ich glaube, ich glaube, ich sterbe jetzt. Juhu. Und ich war in der Hauptstadt, Mama. Als ich noch nicht aufgenommen habe, hatte ich dauernd ein volles Inventar irgendwie. Jetzt in mir. Oh, ich bin dort nicht tot. Yay. Du warst eine Hauptstadt? Oh ja, ich war ja auch. Ich bin der Hauptstadt. Oder nee, das ist nicht die Hauptstadt. Das ist nur so eine große Stadt, aber ich glaube nicht, dass es die Hauptstadt ist. Wo ist die denn? Bei Koordinaten her. Ja, oder? Nee, das ist doch die Hauptstadt. Was bringt, ähm, so... Ah, sofort. Das ist so ein Team. Ich mach demnächst im Team. Ich mach nix. Alter, was killt? Was ist denn? Werde ich gekillt? Ja, guck mal. Da geht so eine Frau einfach auf mich los. Ich hatte kein Schwert und so. Und die... Ich kann noch nicht mal Peace zeigen, weil ich halt kein Schwert hab. Dann geht die auf mich drauf. Ja, aber ich glaube, es hätte nichts gebraucht, wenn du Peace gezeigt hast. Weil dann hätte die dich trotzdem umgebracht. Hm, was ist denn da vorne? Ach so. Schon gerade ein Fehler. Ich hab mich schon interessant. Ui, ui, Kist, Tres, Bieren. Ach so, das ist wahrscheinlich irgendwie Spanisch oder Französisch oder so. Und ich spreche das gerade total scheiße. Spanisch oder Französisch? Ja, und ich spreche das gerade total scheiße aus. Ja, was? Ja, nee, ich hab grad was vorgelesen. Und, äh, in dem Chat. Und das war wahrscheinlich Spanisch oder Französisch. Ich hab das total schlecht vorgelesen. Und ich hab dir einem natürlich nicht zugehört. Natürlich wie immer. Auf Cover. Also, der hat mir nicht zuhört, ist natürlich wie immer, ne? Ja, warum soll ich dir zuhören? Oh, ah, da sind wir schon. Da sind wir auch schon. Oder? Also, halt diesmal mach ich so einen auf Ego. Ah, nee. Hier ist das Dorf. Mann, wie ist Span, Mama. Jetzt müssen wir nur noch nach... Ich war grad'n Pfeil. Oh, das ist ja... Ich muss nur noch ein bisschen nach Norden gehen, dann sind wir bei der Burg. Aber am Anfang... Hier ist noch nicht die Burg. Wir müssen noch... Geil, ich bin bei X-1000. Alter! Scheiße! Okay, hier gehen wir sofort mal weg. Warum? Weil, hör, hier... Drei Milliarden Zombie sind und mich... Irgendwie Typen anschießen. Das nehmen wir noch schnell mit das Rottenfleisch. Tschüss. Scheiße. Jetzt rennen wir 3... 1000 Zombie sind daher. Ja, oder zumindest 3 Stück. Wenn ich in der Burg bin, muss ich erst noch von den Zombie-Stypen laufen. Ah, noch nur denn... Ja, was steht da? 15... 15 seconds... Nein! Until safe... Was? 15 Sekunden... Du musst dich hier... Cancel, log out to you. Sonst bist du zweimal im Spiel und du musst 15 Sekunden warten, bevor du dich... Ey, ich lebe aber gerade noch. Ich bin nicht tot oder so. Ja, trotzdem. Weil du dann zwei Orten gleichzeitig bist. Ist mir egal. Ja, trotzdem. Nein, darfst du nicht. Geht nicht. Oh, fuck. Geil, ich geh gleich. Nein! Obst du nicht? Ich war bei der Burg und bin gestorben. Ey, warum sterbe ich gerade die ganze Zeit? In der Hauptstadt sind irgendwie voll viele, ne? Ja, ich weiß. Hauptstadt ist ja eigentlich noch das Beste. Ja, aber wenn da so viele sind, gibt es da auch keinen Truhen mehr. Die schon... Äh, auf manchen... VG sind ja jetzt dauerhaft auf EU5. Äh, manche, das haben wir früher auch gemacht, wir sind einfach immer auf andere Server gegangen und haben geguckt, wo am meisten Spieler sind, um da, wo die wenigsten Spieler sind, die Kisten auszuhauen. Das konnte ich auch machen. Egal, bis gleich. So, da sind wir wieder. Vielleicht mein sie ist. Warum sterbe ich jetzt dauernd? Ich will mal... Oh, schon wieder das Scheißumfeld. Ich will jetzt mal, äh... Boah, wir waren fast an der Burg. Warum musst du mich der Typ anschießen, dann welch nicht weggeraten? Hätte ich mich nicht angeschossen, wäre ich nicht weggerannt. Mir hätte nicht... Wir wären nicht tausend Zollmittel hergelaufen. Ich wäre nicht gestorben, nur weil der Typ mich angeschossen hat. Oh, das wieder die Hauptstadt. Oh, hammergeil. Oh, bist du dauernd in der Hauptstadt, ey. Da war ich einfach Lackab. Ja, schön. Für dich. Warum hast du dauernd zu viel Lack, ey? Weil ich ein gottesfürchtiger Mensch bin. Nee, Spaß. Falt ihm! Ich hab's aber noch nie bis in der Kirche geschafft. Komisch. Ist nicht mal paradox. Boah, toll, ja, da kommen die zum Beispiel schon an den Rand, vier Stück, jo. Boah, da höre ich sie kriechen. Läff, 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 läff. Alter, wie viel Zombiefleisch die denn da? Pff. Hat der mir dann sein Inventar ausgeräumt? Ich liebe das, wenn da, ich hab das eben auch, dass da so, acht Zombiefleisch nie gibt. Ja, ist so. Voll geil. Oh, Zombie-App-Metzeln. Noch ein Zombie, über die Boah. Fünf Zombies großen Ruh. Ich hab vier Zombie auf einmal genommen und hab jetzt mega viel Rottenfleisch. Okay, das wäre nichts. Toll noch ein Zombie. Das ist ein bisschen ein anderer Spieler, den tötig ich jetzt. Jetzt werde ich an dem einzelnen Zombie sterben, wo ich gerade vier umgebracht habe. Nee, okay. Fähig Gott. Hab ich auch noch gekillt. Entschuldigung, mal wieder. Ich hab grad ein bisschen wussten. No, shit, die ist mir vergiftet worden. Ich weiß ja noch mal. Hm, hm, hm. Schnitzeln. Kick-Koordinaten. Wenn wir sie aktivieren, das ist jetzt auch egal, wo wir sind. Wer denn bringt mich gleich um? Die macht ja nix. Oh, hier ist eine Kirche. So eine Art Küche. Gibt sie Kisten? Gibt sie Kisten? Gibt sie Kisten? Ich hoffe, gibt's Kisten, dann wird die Halt dran gewinnen. Nee, war grad ich hier nix. Oh, ich hoffe, die bringen mich jetzt hier um. Weil ich möchte jetzt endlich mal ein bisschen leben. Das ist ja nicht nur meine Schuld. Ich bin bisher immer wegen, irgendwas, glaube ich, wegen Spielern geschoben. Oder wegen meiner eigenen Dummheit. Also, ich meine, an Spieler gestorben zählt bei mir auch als Spieler sind hergekommen und haben voll viel zu mich mitgeschleppt und sowas. Oh, sorry. Okay, da krieg ich jetzt Stress. Oh, oh, okay, Apfel, Apfel, Apfel ist gut, Apfel ist gut. Aber ich bin jetzt hier nicht. Ich finde, ich kann hier ganz toll leben. Süd. Runterfahren. Und wir haben unseren letzten Apfel gegessen, den wir gerade gekriegt haben. Vor allem letzter Apfel, ein sechster Apfel, ja gesagt. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade verleise bin, warum ich Lennart verleise, also nicht da, also AFK. Äh, ich bin nicht AFK. Achso. Ich war nur gerade in Gedanken. Warum hast du dann der Mikro gemutet? Ja, weil ich geflucht hab. Kannst du auch gerne in der Aufnahme machen. Ach, du benutzt Schimpf oder? Ah, sonst kriegst du einen Community Strike. Okay. Du möchtest ja auch ein geil Steinpferd. Jungen, noch drei neben. Ja, ein Buben. Ein Buben? Ein Duden? Ein Buben. Achso, du hast einen Duden gefunden. Cool, ich weiß auch nicht, dass es bei meinen Sie Duden gibt. Achso, das ist wieder It's a Tribe. Oh, ich bin mal wieder so schlau und fall darauf rein. Natürlich. Muss doch sein. Klar. Oh, toll, ich bin auch wieder tot. Wieder im gleichen Zoll bin gestorben. Vor allen Dingen, du fällst da drauf, weil du so dumm bist. Ja, vor allem, weil ich wieder gestorben bin, am gleichen Zoll. Schon wieder gestorben. Ja, am gleichen Zoll wie eben von diesem mit Trap-Zoll. Diesmal hatte ich nur drei Herzen. Bis gleich. Und wieder da. Wie ist er wieder da? Ich glaube, es hier kann ich ganz toll schneiden, also immer in genau 15 Minuten Bud und immer beginnen wir ein neues Leben, weil ich da und sterbe. Ich glaube, du überlebst noch nicht mal 15 Minuten. Nein, aber ich kann jetzt immer in 15 Minuten Bud stellen, weil ich dann immer genau ein Leben mehr dahintun kann, eins weniger, verstehst du? Ähm, es fünf Pfeile. Da stehst du genau auf 15 Minuten Parts, die Leben schneiden kann, weil ich irgendwie jede Minute sterbe. Ohne Brücke. Aber ich mag die, wirst du nicht. Geh wir zur Brücke. Ab nach Norden. Nein, noch bis. Warum bringen die dummen Spieler immer die ganzen Zombies mit? Ja, ja, ja. Das hat der Christian auch schon mal in der Aufnahme gemacht und da hat der Louis umgebracht, deswegen. Weil er dachte, das wäre ein Spiel und da hat der Louis umgebracht. Nein, toll. Ja, ich kenne den Christian auch. Ja, kenne der auch. Hey, Louis kenne der nicht. Doch. Ja, also von hier. So, mein. Ich habe sogar mal mit dem gezockt. Das ist okay, gut, er kennt den doch. Oh, ich habe eine Schere und Rosenrot, aber keine Bandage, sogar drei Rosenrot. Ja, äh, Rosenrot, da kannst du, die kann man nicht stapeln, ne? Da kannst du dann zwei... Doch, habe ich gestapelt. Achso, okay. Weil, äh, wenn da zu viele sind, da kannst du Rosenrot oder sowas, wenn du zu vieles wegschmeißen, weil du brauchst mir nur eins. Was bringen Kakaobohnen? Äh, auf keinen Fall, wenn du Weizen findest, auf keinen Fall Brot kraften. Mach dir immer Kakaobohnen. Kakaobohnen sind das beste Nahrungsmittel. Weil, äh, Brot regeneriert zwei Herzen. Kekse regeneriert insgesamt acht Herzen. Also, ja, ich habe eine Bandage. Kann ich jetzt die Schere benutzen? Also, wie mache ich das jetzt? Kann ich jetzt jeden Bandagieren, aber, äh... Mir selbst nicht. Nee, ich selbst nicht. Das ist das Problem. Toll. Ich brauch das Leben, ich habe voll wenig. Ja, ich weiß, deswegen ist es auch gut, wenn wir uns mal finden würden. Warum bist du egoistisch? Und wenn ich nicht egoistisch, wenn ich sage, dass es gut wäre, weil wir uns finden, würden, damit wir uns gegenseitig heilen können. Ich kann ja auch dich heilen, dann können wir uns gegenseitig heilen. Ist ja das gut daran. Hey, wie kommt man hier rein? Hier war schon mal, hier kommt man rein, aber wie? Der, uh, Bandits, Banditen, Banditen. Ach, das ist hier kenne ich, aber wie kommt man da rein? Ach so, von der, ja toll, jetzt bin ich einmal, jetzt bin ich einmal aus dem Rücken gelaufen, ey. Klass-Scheibe abbauen darf ich nicht. Litching with Blocks can get you banned. Okay, ich glaube, das steht bei mir auch immer, wenn ich Sachen abbauen möchte. Voll doof, dass es nicht geht. Ja, genau. Na, Spaß. Ich bin so ein Griever. Griever! Griever! Weißt du noch, wo Gordon ein Let's Grief machen wollte? Ja, es war lustig. Ich stelle dir das mal vor, der wird das wirklich gemacht, nee. Der wird es kommen. Der wird, der wird es so, der will sehr viele Likes kriegen, sehr viele, sehr viele Videoaufrufe, aber auch viele Dislikes. Ja, richtig viele Dislikes. Guck mal, dann sehen die, oh, der hat den Typ, der hat das alles auf meinem Server, äh, Grief, wo ich immer draus spiele. Dislike, Dislike. Also wäre irgendwie voll geil. Ja, es wäre schon lustig. Ja, lustig schon, aber irgendwie scheiße. Hm, was soll ich denn? Was ist das eigentlich, wenn ich bin, Note? Äh, ich höre so einen Poch, aber ich höre nicht, was dann gesagt wird. Was? Ich kann dir nichts öffnen. Toll. Kommt man hier nicht runter? Kommt man auch drunter. Komm, komm. Komm, komm. Ich muss noch dran kommen. Ich muss noch dran kommen. WTF, hier sind gerade sechs Zombies hinter mir. Ah, jetzt bin ich dran, okay. Ein bisschen Geduld geht alles. Hier ist nix. Oh, yay, yes mit J, natürlich. Scheiße, das ist ein Deutscher.